Mir geht die Falle aus, fuhr! Ich habe sie im Falle übernommen. Bam, mich hat die ganzen Zombies weggesprengt. Hallo Leute, herzlich willkommen zur drastischsten Folge Let's Survive. Ja, letztens ging das weiter... ...eine schwerwiegenden Crashlandung. Wo wir es zu wenig überlebt haben leider. Ja, wir müssen jetzt Ressourcen für die übrigen Überlebenden finden. Und... ...denn weiter. Haben wir gerade einen drauf entdeckt. Ja, ich habe ein Auto gefunden. Und noch ein Auto. Kontinu entdeckt. Ja, das Kontinu sein sind. Da ist schon wieder eine Schaltplatte drin. Alter, warum haben die so viele Scheiß-Schallplatten? Die hören gerne Musik, man. Das ist ein Grund. Ey, ich habe den Pumpkin. Womit baut man einen Pumpkinab? Ich glaube, kann man so aufhören. Ich habe ein Buch, ein leeres Buch. Ja, kann man. Okay, das ist schon mal gut. Einzündung. Ich kann nicht mehr laufen. Zu wenig ist. Ein Skelett. Papier angemeldet. Wow, what the... Shit. Ich kann nicht mehr laufen. Ein Skelett. Papier angemeldet. Wow, what the... Shit. Was ist schon im blauen Haus hier? Ich war in dem Haus da hinten. Oh, okay. Da sind aber noch ein paar Skelette da. Ich habe mich getetet, diese Arschfläche. Kenn ich. Halt, Lieber. Mann, sie wollen nicht sterben, wenn man mit der Hand draufhaut. Mach du Schüsse. Ich gucke mir ganz an mir an. Ja, ich würde ja kommen, aber ich bin noch nicht ganz wieder heilsesbereit. Ich satire mich noch. Ein Leben. Ein Leben. Ähm, ich habe für Feile und Bogen. Chill. Ich komme. Wo bist du? Da hinten. Rennt doch die B... Wie sieht's aus? Ich bin im Haus drin, aber ich glaube da kommt gleich ein Skelett. Nein, tut das nicht. Ich bin im Haus drin. Teamwork. Richtig. Ich bin im Haus drin. Oh, mein Keks. so ein skelett macht gar nix wenn man in den drum steht wo sollen die denn noch dann hinschießen da liegt noch vorm bus genau ich stelle mich jetzt einfach mal in die skelle noch eine schreibplatte ok ich weiß jetzt nicht soll das hier die militärbase oder das dorf sein ich glaube das ist das dorf mit der base naja ich glaube das sieht ein bisschen anders aus die tonation von krepper eine leere karte alter ein auto und direkt da habe ich eben auch versucht irgendwie funktioniert das ding nicht mehr wie viele schneemänder sollen wir bauen weil ich habe zwei kürbisse zu hoch einfach ein schneemänder mit einem großen kopf nein ich glaube wir brauchen wir bauen schon snow golem direkt ich wollte auch irgendwie gerade da oben gucken aber da ist nichts für so muss finden bei ihr was schon jetzt umschuldig und angst in einer ländlichen das weiter das ist nicht es gelärt das in ruhe wo alter schlicht sowieso vor mir vorbei da bist ich krüfe die die Verlust gut sieben Falle waren nicht die Entschuldigung Prozent uns ist nichts ich habe noch ein halbes Leben weiter Ok, da ist ein Skelett drin. Da geh ich jetzt besser nicht rein. Jetzt waren wir eingläufig überall drin, ne? Hast du geguckt, was da drin los ist? Ja. Da ist immer noch ein Skelett drin. Da waren wir schon drin. In dem Haus? Ja. Ok. Möze überlegen. Shit, ich glaube in der Höhle waren Pilze. Das fällt mir gerade wieder ein. Stimmt, wir haben eine Pilze für machen. Dann bieten wir jetzt bestimmt etwas an. Vielleicht. Haufen Pilze. Nein, du snipst mich nicht. Lass mich hier holen. Warum nicht? Lass die Scheiße. Warum? Es war spaßig zu snipen. Ein Creeper. Tol. Seuss du? Irgendwo neu. Irgendwo neu. Irgend... ... diese Höhle sieht nicht nett aus. Ich sag's dir. Ok, ich komm vorbei. Totköpfe die Stars. Ja, ich werd vorbeikommen, aber ... ... ich muss noch kurz von dem Zombie gehen. ein creeper mix boom ganz viele klubbeschüsse wenn man das wahrscheinlich die absteuerhilfe die klos das ist ich hatte so jolo kommen dann mach ich fertig da liegen denn einsteller nicht der nächste aufgesammelt naja die kann sich so entgegen ne gestand passiert nie alter liegt ein blutfleck gut naja die dinge wird da zu mir ist es mit jüngers aufgesandt das ist ein bus-panzer an der hier ist so komisch aus Oh, komm schon, wie fit ist die Lübe noch. Ist irgendwie so ein Unterwasserkanal, aber ich glaube, da würden wir jetzt gleich erstmal reingehen. Fede. Ich war gerade eben in dem Stockwerke bei uns. Oh. Uiio. Eisenstiefel. Ich bin einfach hier reingefallen. Was ist denn das für ein Geräusch? Ein Höhengeräusch oder so. Ja, hoch bin ich eben gegangen. Okay, gehen wir, warte, da war noch am Anfang was. Ja. Da ist ein Dispenser da und Pfeile dann. Ich hatte die Pfeile rausgenommen. Hm. War erst mal ausgeklaut. Hier. Entschärft und so. Ich glaube, das haben wir, ne? Komm, komm, dann gehen wir in den Kanal rein. Kanal. Oh, ne, da ist noch was. Da war aber noch ein Unterwasserkanal, da konnte man bestimmt noch rumtauchen. Oh. Leder. Schon wieder. Bei mich schon wieder. Über die Scheiß Leder. Oh. Zombies. Wir sollten nicht ineinander stehen, wenn wir auf Zombies einfach rumschatten. und das leben sag jetzt nicht dass die tüte mir zu gemacht du hast das war das ich war das gar nicht der spaß noch ein schüssel auch kommen schon wie groß ist es hier noch verlaufen wie langsam kinochen als einzig er gefunden es wird schädel sowas drin schon mal ein bisschen rum ich bin gerade irgendwann was wenn du es direkt daneben url von durch in der seite also war das was wir eben gefunden hast ja aber ist nicht mehr guck mal bei den aufgaben durch ob wir noch irgendwas machen müssen irgendwas besonderes ich zeichne das geld irgendwo hingesetzt egal ob es schon ja ja wenn doch wohnermann was macht er hier hinter der eisentür waren auch zwei wo du mich eben eingesperrt hast ja vielleicht die linie irgendwas der will auch eine wasserflasche haben warte mal hast du eine wasserflasche dabei in paar sekunden ich habe eine normale flasche jetzt habe ich eine wasserflasche ich höre wochen um drei damit er hier zufrieden wird ich habe nur ein bisschen mehr gehen hast du nicht ein eimer aus dem flugzeug zu lange lese ich das buch aber wir sollen die karte nicht verlassen in das was ich auch gesund wird wir sind gespawne spawne deswegen vorbecken geschäft dann gehen wir mal dann tp ich stelle ich wieder zum bau von eine schilder sich das sind wir aufbewohner so kleine das stimmeln schweiß doch wo nach irgendwie nicht einbuchten geht schlecht ab in die zelle mit dir was will der der will smaragde genau was man die endem irgendwas macht in die zelle kommt man wasser ist das der zweite und der will kohle dann gibt ihr uns das machen wir haben die meiste kohle im flugzeug ich hab nur eine kohle dabei ein kohle hier unten kannst du die dorfwohner gut einbruchten ja der will eigentlich aus ecke das habe ich gleich das problem stoffwohner retten nein die du im wasser und dann mache ich das ja was dann musst du mir im gesicht herum rennen das bewegt dich die du im wasser und und dann recht die tür zu machen muss noch nicht andere hier unten ist noch einer der wird dreist mal recht die fehlen bücherregel und wie erst mal bisschen wasser trinken ich werde mal sagen wir machen das sowas wie ein schottchen die du mal sag wenn du raus willst jetzt aber ich konnte durch die tür gehen und biete jetzt was anders an ja das mit der kohle warte lass ich brauche das rein kohle hinter mir zu ich kriege eigentlich nur holzkohle raus oder wir gehen meinen altos das spitze gelne ja steilschlüssel kann ich ja wir können uns auch Werkzeug machen eigentlich habe ich ja auch schon so ich habe jetzt eine scheiße gebaut es können wir da rein und draußen denn ich sollte man was in die hebeldecke macht das hinter ach da kommst du nicht wieder raus ich weiß nicht wenn man dann zum bock vorwunder will einfach so reingehen und was dann allerdings die kohle abbaunen höhen ich habe die Werkzeuge auch da gelassen egal ich muss das nimmel nö ich kann den Ausdruck nicht finden ich habe dich gefunden hoi hoi oh ja und das meine kiste das kann warte ich mache die steinwerkzeug deswegen ich brauche zu stellen aber ich möchte die stein das ist auch kohle sogar ja so ich mache zwei steinspitzhacken weil meine fast kaputt ist komm her liegt da in der Werkbank in der Werkbank in der Werkbank geht ja schlecht es wird leider nicht täglich ich habe dich schon gefragt wie du reingekriegt hast ich sag dir eigentlich auch an der Werkbank aber das war schon das war kohle ab ja let's play ähm kohle ab bauen ich würde mal sagen wir machen nur kohle jetzt oder ich habe 22 ich denke das reicht um mindestens einmal mit dem zu verdienen okay ich bin die Werkbank damit aber bevor wir lieben machen wir erstmal eine Letztplay-Pause meint der meint der meint der wir müssen ja noch wieder da durchfinden zu den Dorfbewohnern was meinst du dazu schaffen wir das nochmal ne das sehen wir dann in der nächsten Folge Letz2 haut die rein tschau Leute lese r 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 Bis zum nächsten Mal.